Eine Gruppe von 30 Ärzten, Lehrern und anderen Experten des Vereins Äthiopia-Witten fliegt am 20. Februar 2016 für eine Woche der German Week in die Stadt Mekele in Äthiopien. Der Verein Äthiopia-Witten, der 2008 von dem Internisten Achmedin Idris gegründet wurde, unterstützt in Mekele das dortige Universitätsklinikum mit Sachspenden aus deutschen Krankenhäusern als auch mit aktiver, temporärer Arbeit in den einzelnen Fachabteilungen des Klinikums. Äthiopien gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Deshalb unterstützt der Verein mit seinem Education Department diverse Schul- und Bildungsprojekte für Kinder in ländlichen Regionen im Nordwesten des Landes. Mit finanziellen Mitteln als auch mit Sachspenden aus Deutschland sollen dortige Schulen besser ausgestattet und neue Schulgebäude errichtet werden. Die Primary Duremba School im Nordwesten Äthiopiens, eine ehemalige Baumschule, die seit vielen Jahren von dem Verein unterstützt wurde, wird heute feierlich als festes Gebäude eingeweiht. Auf staubigen Straßen geht es weiter zur ländlichen Leyley School. Hier wird mit den dort ansässigen Menschen die Grundsteinlegung für ein neues festes Schulgebäude gefeiert. Auch Leyley war bis vor kurzem noch eine Baumschule, wo im Schatten des Baumes bei allen Witterungen unterrichtet wurde. Weiter geht es zur dritten Schule, der Checon School, ebenfalls im Nordwesten des Landes. Diese Schule besteht bereits aus mehreren Schulgebäuden und besitzt auch einen kleinen, einfachen Computerraum. den Musik Eine der Hauptaufgaben des Vereins ist die fachliche Weiterbildung der jungen äthiopischen Ärzte in dem Universitätsklinikum Aida in Mekele. Seit der Gründung 2008 verbringen Ärzte des Vereins immer wieder einige Zeit in dem Klinikum, um neben den medizinischen Sachspenden, die sie mitbringen, auch ihr medizinisches Wissen an die dortigen Medizinstudenten und Ärzte weiterzugeben. Ich heiße Christian Leuner, ich bin Arzt für Innermedizin und Kardiologie, interventioneller Kardiologe. Im Ruhestand nun bin ich hier in Äthiopien tätig, in dem Aida Krankenhaus in Mekele und helfe dabei ein modernes Herzkatheterlabor in Äthiopien zu installieren. Es ist das erste Herzkatheterlabor dieser Art in diesem 90-Millionen-Menschen-Land und es stellt hier auch technisch eine besondere Herausforderung dar, weil viele Mittel nicht zur Verfügung stehen, die üblicherweise bei uns in Europa zu haben sind. Mein Name ist Matthias Hoffmann, ich bin Viszeralchirurg, also Bauchchirurg aus der Raffelsklinik in Münster und bin seit drei Jahren in dem Projekt tätig. In diesem Operationssaal ist eine Lungenchirurgische Operation, das heißt ein Patient, der wahrscheinlich Tuberkulose hat, musste im Bereich des Rippenfels und Brustfels operiert werden, damit die Lunge sich wieder normal bewegen kann. Das ist eine häufige Erkrankung, die in Deutschland gar nicht vorkommt, aber hier doch relativ häufig durchgeführt werden muss. Mein Anlass hierher zu kommen war, dass wir einen Patienten aus Äthiopien an der Bauchspeicheldrüse operieren mussten, weil die Operation in Äthiopien nicht möglich war. Sodass wir dann uns zum Ziel gesetzt haben, nach Äthiopien zu gehen, um die Ärzte hier auszubilden, große Operationen an der Bauchspeicheldrüse oder an der Leber selber durchzuführen. Gift Kurtz Mut, Mut, Mut. Häh! 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 Now we start with the head? You guys? That's from McKinley. Yes, but who is from Ida? Oh, das ist großartig. Sie sehen? Bitte. Bitte. Eine große, zwei kleine Wessel. Die Messung ist sehr gut. Ja. Wenn du die Messung möchtest, hier ist die Spine, die umbilical cord. Das ist sehr schön. Hör es und wir zeigen es. Lack und Lack. Lack und Lack. Ja, gut. Wir haben die Plazenta hier. Ich fühle deine Vorsicht zurück. Unsere Aufgabe hier ist, in der geburtshilflichen Abteilung zu helfen, eine Ultraschalldiagnostik aufzubauen, weil es wichtig ist, vorher die komplizierten Fälle zu erkennen und den Kindern helfen zu können. Wir machen regelmäßig Ultraschalltraining, wie wir es eben gesehen haben. Das sind alle Studenten Assistenzärzte aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr. Die Klinik hat ca. 3000 Geburten pro Jahr. Das meiste sind Risikogeburten. Der Vorsitzende des Vereins, Äthiopier Witten, Ahmedin Idris, übergibt zwei voll funktionsfähige Rettungswagen aus Witten, an das AIDA-Universitätsklinikum. Auch die Notrufnummer 112 wurde von der Stadt Mekile mit übernommen. Die Klinik hat eine andere übernommen. Heute ist unsere Siremone. Ich würde einfach sagen, wieder willkommen zu allen. Auf dieser Zeit, die Stadt, die Kanzel, ist bewusst, und alle sind glücklich. Die Kanzel sind Vizepräsidenten der Kanzel von Mechelen. Liebe Gäste von Mechelen und Witten. Heute habe ich es an der Stelle, meiner besten Begrüder zu Ihnen, von unserer Gäste, Frau Sonja Leidemann von Witten. Sie gab mir das Konkret zu signen, Sonja Leidemann, Mayor von Witten, und Daniel Aceva, Mayor von Mechele, hierbei recorden die Initiation der Twinning Agreement zwischen der Stadt Witten, Deutschland, und der Stadt Mechele, Äthiopien. Wir thus confirm in einem spiritus von mutuellen Respekt und mutuellen Verständnis, der desire to form, sustain and insufi friendly relations between the two cities. We present you a heart, that means to have your, to, to lead your mayorship with much heart and sensitivity. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.